Hi, hallo. Ich bin Ming-Huang Tran. Ich komme aus Berlin und bin 26 Jahre alt und einer Bordfotografen der Mein Schiff 2. Worum geht es in meinem Job? Im Großen und Ganzen in meinem Job geht es darum, Menschen eine Freude zu machen und ihnen eine schöne Erinnerung mitgeben zu können auf ihrem Urlaub. Das Tollste tatsächlich an meinem Job ist es, dass man so viel durch die Welt kommt, so viele Menschen kennenlernen kann und tatsächlich so viele Erfahrungen machen kann, um sich weiter zu entwickeln, um seinen Horizont zu erweitern und tatsächlich auch irgendwo ein besserer Mensch zu werden. An sich eine lustige Sache, denn ich habe einen Freund, der Video Operator ist und dieser hatte mir das mal vorgeschlagen. Im Großen und Ganzen könnte man sagen, ich war jung und brauchte das Geld. Tatsächlich muss ich sagen, die größte Einschränkung, die dieser Job mit sich bringt, ist es, sehr weit weg von zu Hause zu sein und sein neues Zuhause irgendwo anders zu finden. Die größte Herausforderung bei dem Job ist es, tatsächlich den eigenen Anspruch an das Medium gerecht zu werden und das optimale Bild zu produzieren. Die wichtigsten Eigenschaften an diesem Job sind tatsächlich Geduld, Ambition und einen gewissen Ehrgeiz natürlich. Aber das Wichtigste an dem Job ist es, eine Gelassenheit an den Tag zu bringen gegenüber Dingen, die man nicht ändern kann. Meine drei Ratschläge für ein komplett neues Crewmitglied wären, Geduld mitzubringen, Ambition und eine gewisse Neugierde mitzubringen, seinen Horizont zu erweitern. Abition und Ganzen Abition 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 Vielen Dank.